So, jetzt sind wir wieder im Innenhof vom Gangtelkloster. Das Koste selbst ist 500 Jahre, der Tempel wurde aber erst renoviert. Das ist die Painting-Section, die Malerei. Hier sieht man, wie die tollen Verzierungen im Tempel der Maltreiber sind. Das sind alles hier die Mönchsunterkünfte. Und der Herbert wird nicht ausgelassen von den Kindern. Die Mönchsunterkünfte. Die Mönchsunterkünfte. Die Mönchsunterkünfte. Die Mönchsunterkünfte.